Dem komischen Hummer da das ist Maximilian sag mal hallo Na Ben und so ein komisches Vorlauf das Motorrad auch als Cop Servus und wir haben noch ein paar Wayser die hier irgendwo stehen keine Ahnung Leute sag mal hallo Servus, hier ist meine Oma Guck wir sind ein bisschen schüchtern deswegen ich muss sie manchmal so ein bisschen sagen was sie hallo sagen sollen genau so wo play geht los small ich packe noch mal in die wo play ja moin ja es ist geht jetzt los small ich packe noch einmal in die into die Sitzung rein und dann ich packe euch dann beide einmal in die Sitzung rein ach lol es sind voll viele raus Käfer ja du weißt was jetzt kommt stell einfach vor ich hätte gesagt okay ähm slower und small ihr könnt mal mal beitreten und dann geht's los genau können losfahren sobald irgendwas ist schreckt mir äh also sagt es mir äh alle die äh mich nicht hören weil ich die gestimmt hab oder so äh schreiben einfach Juton in den Chat und dann ist da small die q ist gerade noch voll war ja ich lasse ich dann am besten in der kuh drin small damit was du nicht nochmal versucht dir beizutreten oder so ne ich hab ich hab ich hab eh blockiert oh shit wo geht das mal so schnell hast mich warum hast du mich eigentlich von der fa entfernt irgend wollte ich mit euch zu tun haben aber ja okay gut merke ich wieder gut ähm dann ich stumm jetzt erstmal ein paar äh slower viel Spaß sobald was ist schreib Jutron oder ähm keine ahnung äh schreib irgendwas in party chat rein falls wieder rausgeflogen ist ok tschüss Perfekt x gamer tsch tsch dann habt ihr bock yes sir okay so natürlich der masker so begrüßung kannst du echt nicht begrüße kannst du echt nix ich sage so was du so moin ich sag so zu maximieren warst du so moin ich sag zu dir was du antwortest nicht hi hallo julia ja ja Ja, ich bringe ihn gleich runter und ich muss das Fenster gleich noch zu machen. Jetzt ging es kurz um was zu essen. Das ist gut. Ähm, Einteilung Richtung Hafen. Äh, ja, ich will eigentlich so 15 Minuten oder so spielen gerade 20 Minuten, ja. Nein. Wir müssen jetzt ein bisschen Action machen. Ähm, kann ich aber ganz kurz, sobald er das nächste Mal mich mal anhaltet, kann er denen mal sagen, dass es ein bisschen Action sein muss. Hier. Ah, das ist Käfer. Ja, das ist Käfer. Ich hab Käfer immer, so. Einen wunderschönen guten Tag und so hin. Guten Tag. So, ähm, ich wollte immer fragen, was das sollte. Wir waren auch mal leck. Äh, ja, okay. Okay. Ist akzeptabel. Aber ich bringe gerne mir bei. Äh, ich würde ihn rausgehen. Ähm, bevor du rausfliegst, natürlich. Ähm. Ich blöckele jetzt. Mach mal ein bisschen Action, okay, weil ich hab nur noch, ähm, so um die 10 Minuten, deswegen. Ich glaub sowieso, ich kann Burnouts drehen und so alles. Ah, okay, gut. Danke, Käfer. Bis dann, tschüss. Äh, weil Controller muss, muss ich runterbringen. Alles klar noch? Wegen Mong ist ja Schule. Controller muss ich runterbringen, wegen Mong Schule. Ja, keine Ahnung. Nein, du sollst, hallo, du bist ein Kopf. Also, du sollst dich nicht selbst umbringen, den du irgendwie mal anfährst. Tu's einfach nicht. Äh, Maximilian, sorry, unser Praktikant, ist ein bisschen dumm. Äh, Verfolgungsjagd. Das ist, was der oben links falsch gemacht hat. Sorry. Ähm, Kollegen, einer Verfolgungsjagd Richtung Hauchen. Ah, okay. Achtung, er ist da rauf. Okay, ich hab den nicht gesehen. Ich wär jetzt weitergefahren. Haha. Oh, für alle, ey, ihr seht das grad nicht. Okay, äh. Maximilian ist grad ausgeflogen. Oh, ich bin zu weit gefahren. Er ist in der Karte. Was ist er denn? Wo bist denn du? Ja, du darfst dann aber nicht hin, ne? Weil, äh, Dings. Weil das nicht dein Gebäude ist. Und da er einen Käfer wechselt hat, könnt ihr das nicht sehen. Das ist kein Käfer, das ist ein Branche. Nein, du weißt nicht, wer das ist, mein Junge. Du kannst ihn, ach, stimmt, er ist zu schnell gefahren. Sag das doch. Oh, okay, ma basti. Äh, ja, war ich ganz gut. Bis jetzt. Äh, ich glaub immer noch nur Julia. So. Ich glaub immer noch nur Julia. Ey, man, Jungs. Ähm. Schwer, schwer zu erklären. Schwer zu erklären. Ähm, ja. Freunde, komm, basti ist da. Na, Freunde, Freunde, komm, gar nicht auf basti ist da. Nee, nicht witzig. Nee, nee. Nee, gar nicht witzig. 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 Äh, ja, nein, Frau Volkin. Ich bin gleich da. Äh, jo. Ah, Profil. Ja, Mann. Ah, danke Käfer, ich liebe dich. Ich hoffe, er hat das nicht gehört. Wie, jemand klippt das oder so. Äh, wo ist das? Wo seid ihr? Ja, okay. Weißt du was, bevor irgendjemand von euch was sagt, geh ich einfach zu ihm einmal. Äh, ja. Käfer, hallo. Käfer? 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 Oh Gott. Ja, hu hui. Käfer? Käferle? Oh Käfer. wieso damals mich immer so ktu polizei wer jetzt ja ich habe mich die die wird mir abgezogen davon ist allerdings links wer ist jetzt hinter der ktu beim event wenn ich weiß jetzt nicht mehr wo er ist in der dritte vorholt ich bin abgehauen ihr seid schlecht elke verlu ich weiß ich will gerade er so ich werde auf holen wir haben straßenrennen ich weiß nicht was für fahrzeuge der ist rausgeflogen internet für zehn minuten ha ha habe ihn habe ich noch gesehen du bist tot ha ha nein 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 wasch wäre tot Moskau du bist tot bleib mal wieder stehen und roll langsam zum kompletten gegen über kops noch mal zum polizei werke dafür einer rückwärts warum ist er so schnell tritt mich voll auf der verraten käfer warum bist du so schnell ich bin gerade in der hausmauer gefahren aber ich habe es noch abgeräumt steht ihr könnt mir nicht unterstellen dass ich weiterfahre ich habe es noch abgeräumt ja oder ist auch mein gott ich bin ganz davon ja nicht erwischt da ist er da ist er sorry so verfolgungsjagd so alles schön äh ne noch nicht ich hätte ihn sowas von töten ich bin schattenregel komm komm ich bin ey oh man hallo oder ja mhm mhm Der merkt ja nicht, dass es keinen juckt. Nein, jetzt wurde ich geblitzt. 325. Ich weiß nicht, ich habe ihn verloren, ich habe ihn wieder, nein doch nicht, ja, Plymouth in Silber, Mann, ja, vor dir ist einer, bist du gar nicht, das ist der Audi hinter mir. Ich auch nicht, dann haben wir die Straße weiter, ja, links, ich habe ihn, du bist vorbeigefahren, ja, hallo, doch, du bist vorbeigefahren, nochmal zurück. Und wer ist denn das, hallo, bist du slower? Ey, slower, Minion. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen slower fahren. Oh, Alter. Alles genau, äh. Äh, gleich aufgehend Tim. So, ähm, oh sorry, tut mir leid. Was geht, er ist 21 Ode Muschi. Äh, ist groß, das war halt warum. Ich mein euch ja ne Sag mal Käfer, er soll mich auch entstumm Frage Jungs, ich hab dich entstummt Achso, ja, äh Käfer Ja Ey Wichser, hallo, wie geht's dir? Gute Nacht, Schwachgut Ja, haus da rein Du Wichser Ähm, wie kann ich bald rein joinen Ja, kann so Ja, ich weiß gar nicht warum der so schnell war Weil, warum meiner so schnell war Digga Och mein Basti Ja, ja, hat er keine andere Hobbys Löcher Basti Spasti Basti Wom red denn? Der ist gar nicht hier Hä? Ja Ach man Basti Ja So, äh, ganz kurz, Sloan Keine Freunde Ja, also ganz kurz, das war jetzt Ein bisschen zu schnell, das weißt du, ne Ja, ja Ja, ja Ähm Egal Äh, dann Sloan Nächst mal feinfach So wie es in den Namen steht Bisschen, bisschen slower Äh, und ja Mit diesen wunderschönen Worten Verabschieden wir jetzt von diesen wunderschönen Leistungen Bis zum nächsten Mal, tschüss 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 Tschüss